Wo wird er jetzt aus? Wo wird er jetzt aus? Was denn? Ich hab nichts gemacht! Ich hab ja immer zum Cafeter aus. Ich kann dir jetzt noch mal ein paar Minuten Checking raten. Ich kann dir jetzt noch mal ein paar Minuten checken. Ich kann dir jetzt noch mal ein paar Minuten checken. Wuhh! Wuhh! Ruhe da bitte jetzt! Es hat funktioniert! Die Boote liegen jetzt am Start. Extra jetzt nöt! Vom Staatschefsrichter Wolfgang Pott, unseren Vorsitzenden, der das immer sehr akribisch und mit großer eigener Erfahrung macht. Es wird am Start auch sehr genau darauf geachtet, dass die Boote wirklich... Guckt mal Facebook. Kein Scherz! Ihr seid mehr als 6. Keine Chance. Scheiße! Komm, wir machen da rum! Wächter! Und das kleine Finale um den dritten Platz ist unterwegs. Ich bitte alle Zuschauerinnen und Zuschauer noch mal kräftig mit, durch Anfeuern zu unterstützen. Versteht das? Wir müssen Fabi anfeuern jedenfalls! Wir sind zwei sehr schnelle Motte, beide mit einem Körperrhythmus unterwegs. Und das ist auch Nya! Mit einerffektion wird es auch. Ich bin halt wirklich dabei, Wir nehmen wieder ins Spiel. Wir kämpfen! Habib! Habib! Zum API! Habib! Habib! Ja! Zige, zige, zige! Zige, zige, zige! Hol, hol, hol! Was hast du da, oder? THW, retour! Macht doch mal was! Tolles Rett, aber ein tolles Rett, das war Uwe und Co. Das ist ein tolles Rett. Vielen Dank, in der Zeit 1,26 hört sich in der Konz, und schau das so weiter. Ihr müsst doch mal einen retten, da ist einer im Wasser! Der kommt gar nicht mehr vorwärts, mit dem Paddel mitmachen! Schon was spannendes Rett. Was soll's noch einmal? Sehr verdammt! Für die Zuschauer, für die Leute, in der Deutschlandstand! Bitte die Leute doch mal! Ich muss doch mal raus, da! Wir sind zum Äußersten bereit, und die Leute... ... 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